Das kommt so aus der Forschung, die sich halt Liebe mal wissenschaftlich angeschaut hat. Das ist interessanterweise ein Thema, was in der Psychologie oft nur sehr oberflächlich behandelt wird. Und ich habe manchmal das Gefühl, es gibt auch tatsächlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das nicht so sehr untersuchen wollen, weil man da irgendwie denkt, sich irgendwie eine Faszination kaputt zu machen. Aber es ist tatsächlich sehr interessant, wenn man sich mal genauer mit Liebe beschäftigt. Und die Forschung in dem Bereich geht eigentlich davon aus, dass man bei Liebe von drei emotionalen Systemen reden muss, die wir alle so unter diesem Begriff Liebe zusammenmengen. Das erste ist halt so diese spontane Attraktion zu jemandem, dass man sich halt spontan in jemanden verguckt, was sehr schnell geht und dann auch sehr schnell wieder weggehen kann. Aber dann ist es halt dieses Verliebtsein, was manchmal auch Limerence in der Literatur genannt wird oder passionierte Liebe, leidenschaftliche Liebe. Und die sorgt so ein bisschen dafür, dass man sich sehr auf eine Person fixiert. Da gibt es auch neue wissenschaftliche Studien zu, die das mit dem Dopabinergen-Belohnungssystem ganz gut verbinden, die also wirklich nachweisen können, dass die Aufmerksamkeit, wenn man richtig verliebt ist, auf eine Person fixiert ist. Und das ist das, was viele am Anfang von Beziehungen kennen, dass sie dann auf diese Person eingeschossen sind und sich für niemanden anderen interessieren. Das ist aber ein Zustand, der nachweislich nicht ewig anhält. Also so die Paare, die sagen, wir sind jetzt 30 Jahre verheiratet und wir lieben uns noch so am ersten Tag. Das stimmt in der Regel nicht. Das ist halt eben nicht mehr dieses frühe Verliebtsein, sondern das ist halt die tiefe Liebe, die innige Liebe, die in der Psychologie eher mit dem Bindungssystem in Zusammenhang gebracht wird. Und die bildet sich erst mit der Zeit raus, sorgt aber weniger als das Verliebtsein dafür, dass man so wahnsinnig auf die eine Person fixiert ist. Und Studien, die sich das halt mal längsschnittlich über die Zeit angeguckt haben, die haben halt rausgefunden, dass so ungefähr nach vier Jahren diese starke Fixierung dann doch deutlich nachlässt. Das muss nicht in jedem Fall so sein. Das hat auch ganz viel mit den eigenen Umständen zu tun. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Fernbeziehung habe und ich sehe mal einen Partnerin oder Partnerin nur alle paar Wochen mal persönlich, dann mag es sein, dass sich sowas länger hält, weil man halt auch länger in diesem spannenden, interessanten Bereich, wo man den anderen erst kennenlernt und wo nicht irgendwie der Alltag so stark Einzug nimmt und so weiter, drinnen bleibt. Dann kann das auch vielleicht sich bis zum verflixten siebten Jahr ziehen. Aber es ist jetzt keine innere Uhr, die einfach so abläuft wie irgendwie so eine Atomuhr oder sowas, sondern das ist ein Phänomen, was sich daraus ergibt, dass man halt eben nicht mehr so in der Werbephase ist, wo man noch sehr darum bekümmert ist, wie man beim anderen ankommt und der andere auch noch so ein bisschen aufregend, mysteriös ist, sondern wo der andere dann halt eine vertraute Person ist, auf den man sich voll einlassen kann, was ja auch was Wichtiges ist, dass man sich beim anderen richtig fallen lassen kann und dann lässt aber auch eben diese Fixierung nach. Okay und trotzdem, Sie haben es ja angesprochen, auch Sie haben es mir eben oft gesagt, ich hoffe, ich darf das jetzt auch hier sagen, Sie sind schon 25 Jahre jetzt glücklicher verheiratet. Verheiratet noch nicht. Verheiratet noch nicht, okay, sorry, das soll ich mit der gleichen Partnerin zusammen. Das heißt, es gibt ja schon Möglichkeiten zusammen zu bleiben, nur das hat mich total überrascht. Sie haben gesagt, externe Einflussfaktoren, die entscheiden eigentlich dann darüber, ob man diesem Trieb, sage ich jetzt mal, diesem Interesse den Menschen nachgeht oder ob man in dieser Beziehung, die man hat, bleibt. Wollen Sie das nochmal kurz erklären, was Sie mit externen Einflussfaktoren meinen? Ja, die stärken das Ganze zumindest. Also man ist jetzt erstmal auf eine Person fixiert und dann läuft auch alles gut. Dann hat man die rosa-rote Brille auf, ist auf Wolke sieben und so weiter. Ist auch so die Phase, wo zum Beispiel die sexuelle Aktivität meistens am höchsten ist und dann kommt irgendwann die Gewohnheit rein, man kennt die andere Person. Das heißt jetzt nicht, dass die andere Person dann total uninteressant ist, weil man ist dann halt auf dem Level, dass diese Person ein Bindungspartner ist, dass man dieser Person vertraut, dass man sich bei dieser Person fallen lassen kann, dass man mit Problemen zu dieser Person geht, dass sie so ein bisschen den sicheren Hafen bildet und so weiter. Und an der Stelle wollen die meisten ihren Partner oder ihre Partnerin ja auch schon nicht missen. Aber man ist halt nicht mehr so wahnsinnig fixiert. Man würde theoretisch wieder so ein bisschen Augen für andere Personen finden. Und zum Teil spielt sich das einfach im Kopf ab, dass man sagt, okay, nee, ich habe jetzt diese Person und ich lebe unter Monogamie und ich will auch gar nicht zurück auf den Partnermarkt. Für manche ist das ja auch durchaus eine stressige Erfahrung, jetzt wieder wen suchen zu müssen. Ich will diese Person nicht mehr missen und dann ist ja alles gut. Aber es hilft natürlich, wenn äußere Faktoren das dann noch so ein bisschen verstärken, gerade wenn diese starke Fixierung nicht mehr von innen kommt. Und das ist zum Beispiel die Monogamie-Norm. Das ist zum Beispiel, wenn gesellschaftlich gesagt wird, in unserer Gesellschaft leben wir mit einer Person fest zusammen. Wir heiraten in der Regel auch. Die Ehe ist ein Versprechen. Die Ehe ist was, was zelebriert wird vor der ganzen Verwandtschaft. Wenn man gläubig ist, kommt da auch der kirchliche Schwur noch dazu. Und auch das war ja lange eine sehr, sehr starke Norm in unserer und auch in vielen anderen Gesellschaften. Die Ehe ist ein rechtliches Versprechen. Sich von dem anderen trennen ist ab dem Moment schwieriger. Das kann finanzielle Folgen haben und so weiter. Das sind ja alles Sachen, auf die man sich einlässt. Im Prinzip Verträge vor der Familie, vor Gott, vor dem Gesetz und so weiter, die dafür sorgen, das Trennen ist jetzt nicht mehr so ganz einfach. Und dann macht man sich schon Gedanken darüber, wenn man sich jetzt mal mit dem Partner gestritten hat, weil gerade irgendwas nicht so gut geklappt hat, weil man sich darüber uneins ist, wer das Badezimmer putzt oder den Müll runterbringt, dann ist das halt nicht sofort ein Trennungsgrund, selbst wenn man sich da mal ein paar Tage drüber zofft, weil halt eben diese äußeren Faktoren da sind. Und das sind natürlich viele andere Faktoren auch, nämlich alles, was man in die Beziehung investiert. Man zieht zusammen, dann ist Auseinanderziehen schon eine Schwierigkeit. Man hat vielleicht nur einen Satz Möbel, man hat nur einen Satz Ausstattung generell. Man muss sich eine neue Wohnung suchen, man hat einen Mietvertrag, an dem man gebunden ist. Das ist natürlich umso stärker, wenn man jetzt meinetwegen ein gemeinsames Haus hat, man hat ein gemeinsames Konto, man hat irgendwie vielleicht gemeinsame beruflichen Interessen oder sowas. Das sind alles Sachen, die machen eine Trennung schwieriger. Und natürlich umso extremer nochmal, wenn man gemeinsame Kinder hat. Da kommt nochmal ein weiterer Faktor dazu. Und da hat es dann natürlich auch viel damit zu tun, wie die Gesellschaft so strukturiert ist, ob wir es Leuten an diesen Stellen einfach machen oder schwierig. Also zum Beispiel, was passiert, wenn man jetzt alleinerziehend ist, ist man dann in einer ganz schwierigen Situation oder kriegt man viel Unterstützung vom Staat, was Kinderversorgung angeht, beruflich, wie der Arbeitgeber damit umgeht. Das sind natürlich gesellschaftliche Tendenzen, die Trennung einfacher oder schwieriger machen. Und wenn man jetzt halt mal, was weiß ich, so 50 Jahre zurückgeht, da sah das halt auch in Deutschland noch sehr anders aus, wie leicht eine Trennung zu vollziehen war. Und was das jetzt für die beiden Personen in der Situation dann auf diesen ganzen Ebenen, auch im Freundeskreis, sage ich jetzt einfach mal, bedeutet hat oder nicht. Aber auch heutzutage, sagen wir mal, wir haben einen gemeinsamen Freundeskreis, wir trennen uns. Meistens ist man dann sich nicht mehr so ganz eins, wie man vorher war. Was passiert mit dem Freundeskreis? Verliert man jetzt Freunde? Setzt man den Freundeskreis davor, sich zu entscheiden und so weiter? Also das alles sind Faktoren, die eine Beziehung von außen stabilisieren. Und das hat dann viel damit zu tun, wie auch die Normen sind. Wie akzeptiert das dann ist, sich einfach zu trennen oder nicht? Ja. Wie akzeptiert das dann?